Musik Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wunderschön, Messingen, blüht auf! Musik Es ist Zeit da, um die ein bisschen zu ackern, damit wir hier auf der Fläche, wo letztes Jahr schon ein Blühstreifen war, eine Blühfläche war, wieder eine neue Blühfläche entsteht. Wieso legen Sie über Blühstreifen an? Wir Bauern, wir haben ja viele große Flächen, wo wir Weizen und Mais und Gerste und Raps anbauen. Und da wollen wir, dass nur eben Mais und Raps und Gerste und Weizen wächst. Und dann haben wir an den Rändern von unseren Flächen und jetzt an dieser Ecke, haben wir dann eben Flächen, wo auch andere Pflanzen noch wieder wachsen können. Wodurch viele Tiere eben auch noch Unterschlupf finden können und Nahrung finden können. Welche natürlichen Partnerschaften gibt es in der Landwirtschaft? Wir brauchen natürlich auch die Natur. Wir leben in der Natur, wir wirtschaften in der Natur und haben dann zum Beispiel eine ganz wichtige, ein ganz wichtiges Tier ist die Biene, die eben für die Bestäubung unserer Pflanzen zuständig ist. Musik Was soll ich mir in Zukunft machen? Es ist so, dass nicht nur die Bauern ein bisschen was für die Bienen und insgesamt für den Arztschutz tun können. Das kann eigentlich auch jeder von uns machen. Und wenn es dann eben auch nur im Garten eine kleine Ecke ist, die man überlässt für eine kleine Blühwiese, eine Blühecke. Und für die Umweltaktion. Danke, wir werden hier an den Messinger Bürger weitergeben. Diese Tüche sind überreistlich hier in der Sunderjahrs-Ausland. Habt ihr super gemacht, vielen, vielen Dank dafür. Ja, danke. Musik